und wir gehen rein in eine runde tdm in vanguard blitztempo 10 gegen 10 auf der map tico was spielen wir was spielen wir was spielen wir noch irgendwas mit der stin vor schau mal Oder geht nach Hause mit den Beschreibungsmiedern. Die Führung ist unser. Alter. Aua, aua, aua. Woher kam er denn her? Ich muss nachladen. Pisse. Da war einer. Da muss er hin. Alter, wie viele Kugeln hält der denn aus mit der Pistole, Junge? Meindliche Aufklärungsmission hier. Ist ja unglaublich. So nicht, Freundchen. Na, Student, neiner. Pisse. Pisse aus meinem Arsch. Voll vorbeigeschossen. Stark angefangen und stark nachgelassen. So. Gut. Ja, das ist der Betrachtungsminar. alter wie ungenau der haufen einfach ist also die stehen ist okay verzieht aber in meiner jetzigen einstellung extrem hier unten läuft eine jetzt aber nicht nein meine kugeln kommen die an ist sehr durchwachsen hier wird nicht gekämpft na klar er hat sie alle getötet ist denn da los jetzt gegner angemacht oder was wo kommt er denn schon wieder her meine pistole ist eine neue pistole man gegner da war da einfach einfach so ja klar denkst du ach natürlich traurig dass ich der beste im team bin also mit den meisten punkten ich war so schlecht er hockt meisten kills ich höchste kd und meiste mehrfache abschüsse kommen wir können ihn einfach mal wollen wir nicht so sein hier habt ihr noch mal die punkte wenn sie in laden uss texas 1945 ja wir sind in call of the vanguard season 4 angekommen irgendwie kommt mir die map sehr bekannt aber für stellung haben wir die falsche waffe klar er kommt schon schießen um die ecke warum denn auch nicht mensch wie viele sind denn da die lieben die ecke war diese schimmel vorne hinten überall sind sie das hat mal gescheppert kurz in die stellung rein sie bleiben wir noch ein bisschen stehen die war für dich aufgenommen ist gut ist nicht gerade einer vorbeigelaufen ja ist er läuft er immer noch nein schade ich wollte meine abschussserien halt durchpumpen dann schmeißen wir einfach mal eine bombe drauf feindliche aufklären ohne da kommt einer von hinten natürlich wir kontrollieren die stellung und ich denke mir noch da könnte einer kommen da gibt er mir ein das ist so ein dreckser kontakt an der stellung und 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 war schon wieder der komische mit seinen schrotflinten oder der nervt mensch lassen mich doch mal entspannt nachladen sehr nervig mit soll ich da machen sind über mir schmeißen mit granaten die arschlöcher da liegt da da hinten sitzt er in der ecke einfach am hocken der typ stellung bestätigt zu spät wir haben es leider nicht geschafft wir waren nicht lang genug drin geplant gelaufen war nicht so schön aber wir haben übelst viele kills gemacht ich glaube das ist die waffe die ich vorhin aufgenommen kann das sein die ist ziemlich cool meistzeit beim ziel so muss das sein eine die punkte das ist nämlich der sinn in diesem spielstellung ist